Hä? Wieso? Versteh ich nicht. Nee? Ach so, nee. Na, hier fehlt ein Block. Nee, nee, oder da ist einer zu viel, wie du das auch siehst. Nee. Sagen wir jetzt einfach mal, da ist einer zu viel. Ja, nee, nee, da musst du das ganze Ding abreißen, ne? Na, hier, die Seite bloß. Ja, genau. Ja, nicht nur da, du musst das ganze halt nach eins nach links verschieben. Den Zaun. Really? Den Boden. Na gut. Die Treppe. Dann mach ich das mal eben, schnell. Mach mal, mach mal. Ja, super. Nicht, dass es teuer war und so, ne? Nicht, dass es teuer war, nein. Alles okay. Ach, ist ja ärgerlich. Ja, ne? Das schöne Glas. Ich hab voll Lust da drauf so, jetzt alles rüber zu senden. Rüber zu machen. Wie meinst du rüber zu senden? Was willst du senden? Nein, nicht senden, Mann. Was tust du, Ju? Nichts. Ich baue. Mist. Ja, Mist. Nur Mist baut er. Ohne mich hättest du gar nicht erst gemerkt, dass das so symmetrisch ist. Doch, bestimmt irgendwann. Irgendwann richtig, wenn zu spät. Ohne mich gerückt. Ohne mich. Ohne mich. Ohne mich. Häu, woher sind die Treppen? Ja, Mensch. Kommt da noch was? Dann schmeiß mich hin, die zwei. Bitte schön. Okay. Flüssig. Ach, bin da noch was? Ah, komm da noch was? Hitzeshow. So, und jetzt da, da und da. Du hast was fallen lassen. Ignoriert er völlig. Passt. Was hab ich denn fallen lassen? Egal. Äh, die Fackeln bitte hinsetzen, danke. Ja, ja, später. Ich brauch erstmal hier Glas. So. Uiuiui. Sehr schön. So. Du hast auch die Fackeln gesetzt, also. Eine, ja. Ein, nee. Könnte sch... Was ist denn das? Also. Ich glaub, da hast du dich verbaut. Wieso? So, haben wir alles? Hab ich alles? Wieso nimmt denn der das weg? Ich muss hier wieder hoch. Ach so, ich hab dir noch gesagt, da ist irgendwas falsch gebaut. Hier. Das ist ein helles Dicht. So. Wieso? Prilodi. Okay. Also. Auszieht gut aus. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, geh ich mal hier mal kurz auf Expedition in die Höhle. Was ist das? Ich wollte eigentlich noch Kohle holen. Weil, ne? Hm? Kohle ist wichtig für uns, wie du weißt. Lässt, wir haben keinen Baum mehr. Warte mal, das sieht doch bestimmt für BL aus. Ja? Findest du? Na, ja. Du wüsst überhaupt nicht, was ich bin. Nee. Da ist jemand runtergefallen. Ja, ich... ...und ein schönes Dach redenzen. Oh Gott. Direkt das Ding versammelt. Oh mein Gott. Hast du noch überhaupt? Natürlich nicht. Hier. Steine hast du auch nicht. Was hast du denn überhaupt, Spocker? Haufen Baumaterial. Außer Steine. Ja, super. So, dann geh ich mal wieder runter und baue mal ein paar Steinchen ab, die wir auch eventuell bräuchten. Tu dies. Ich wünsche dir sehr viel Spaß dabei. So. Ja, danke. So, ich muss mal hier ein Wasser drauf. Ähm. Achso. Tütttl. Schön, dass du genau so unter unserem Haus hier alles wegfraust. Denkst du nicht, dass du ein bisschen gefährlich? Ach Quatsch. Stützt alles ein, ne? So wie bei Köln. Bei wem? Wie bei Köln. Bei Köln? Das war noch. Da ist ja der ganze Untergrund unter der Bibliothek zusammengestückt. Ach, das Ding, ja. Hab ich von gehört. Ja, hast du... Davon hab ich schon mal gehört, ja. War das deine Bibliothek oder arbeitest du, ne? Nein. Sonst wäre ich ja jetzt arbeitslos. Oh, na ja. Oh, na ja. Aber so. Arbeitslos... Ja, bestimmt. Bitte? Ja, bestimmt wärst du deine Arbeit los. Ja. Oder ich würde schon früher eine Teile kassieren. Warum? Weiß nicht. Ah, ich hab hier irgendwo eine Hülle oder so. Kann das sein? Du bist in der Hülle. Ich bin in keiner Hülle. Das ist eine Mini-Hülle. Ja, hab ich selbst gemacht. Das ist eine künstlich geschaffene Hülle für mich. Ja. Komm hier nicht wieder hoch. Das ist eine künstlich geschaffene Hülle, wo ich es hier für suche. Mit Eiern. Da hast du ganz geschlüpft. Mist. Oh mein Gott. Dumm, dumm, dumm. Wait, what? No. So, ich hab ganz viele Steine, sehr schön. Was macht der denn hier auch? Was machen wir denn hier so noch? Also, du baust gerade das Haus noch fertig. Gehen wir dann irgendwann noch eine Expedition oder so? Ja, sicher, sicher, sicher. Das auf jeden Fall. Also, das lass ich mir nicht hin. Ich hab die gar... Die gar... Hamburg sagt man, die gar... Richtig. Oh, das sieht ganz schön aus. Drei gehe ich aus hier, das Haus. Muss ich schon sagen. Dirty. Dirty. Schuh, bitte. Dirty Harry. Dirty Harry. Was macht der denn, Jo? Was machst du denn? Der will mich da nicht umlassen. Das ist ja völlig unverschämt. Ja, weiß nicht. Vielleicht mag er dich nicht. Ja, auch immer, den du mit ihm meinst. Die Spiel. Das Spiel. Da kann er sich anders verlieren. Wie denn? Der Dunkel. So, Steine hab ich genug gesammelt. Jetzt geh ich in die Haie. You can own is the Benight. You can own is the Benight. You can own is the Benight. Bei Hause gesetzt. Wie jetzt? Schon die Pent, oder was? Jo. Schon wieder hell ist? Das reicht bei einer. Ja. Was denn los, Alter? Was denn los? Was denn nicht? Wieso wolltest du das zusammen einschlafen? Nee, nee, nee. Ich wundere dich jetzt, dass wirklich, dass jetzt nur noch einer schlafen gehen muss. Ist doch gut eigentlich, oder? Ja, sicher. Müssen wir bloß ausknubeln, wer denn immer derjen ist. Voll der Schwierigkeit ausknubeln. Setz dich einfach ins Bett, mein Gott. Ich guck grad mal so, was die Dorfbewohner so an Verhandlungen... Ach ja, für drei Smaragde geben sie uns ein Bücherregal. Das ist aber nett. Ja, ist ja nicht so, dass sie geizig sind und hier voll die... Oh, das ist aber cool. Für vier Smaragde kriegst du Diamant-Harnisch. Den Verzauberten. Du musst erst mal so abgefunden. Ja, okay. Die, ich glaube, häufiger da sind jetzt im Update. Ja? Seit dem Update, ja. Ja, das ist ja gut. Ich hab so mal ein bisschen rumgespielt und ich bin lauter... Smaragde sind mir... Ach, das ist im Ur-Instinkt, sag dir das. Nein. Ich hab das bloß mitbekommen beim Zocken. Ja, okay. Beim Zocken? Ich zocke nicht. Ich spiele. Ich bin ja kein Nerd. Nein, wir sind keine Nerds. Nein, ich hab ein Real-Life. Neben meinem... Nerd-Dasein. Nerd-Dasein, ja. Neben meinem Nerd-Dasein hab ich nämlich auch noch ein Real-Life. Ich bin quasi... Ich arbeite doppelschichtig. Schopp... Ich bin... Schoppel-Dichtig. Ich bin doppelschichtig. Das wollen doch viele. Das sehen gerne viele Arbeitgeber, dass man dort mehrschichtig ist. Das sehen die, ja? Das sehen die dann richtig an meinen Augenrillen, wo ich dann nachts nicht mal pennen konnte. Beziehungsweise nicht pennen wollte, weil ich durchgemacht hab. Verstehe. So. Show? Nee, nicht show. So. Jetzt mach ich das mal fertig hier. Du pennst jetzt. Nein, viel zu früh. Nein, ich mach das jetzt hier fertig. Mach mal ein bisschen Brot, ne? Ja, bitte. Oh, das sehen die nicht gern, wenn ich in ihren Häusern rumlaufe. Oh, man sieht's nicht. Weil die mich immer verfolgen. Krass. Okay. Nein, Diamant-Hanisch plus vier Smartrixen. Diamant-Hanisch. Nee. Im Verzauberten. Also ich muss schon sagen, dieses Wasser ist so realistisch, das ist so realistisch, dass es sich gar nicht mehr realistisch anfühlt. Bewegt sich gar nicht. Anfühlt vor allen Dingen. Es bewegt sich so schnell, die Lichtgeschwindigkeit, dass man es gar nicht mehr sieht. Weil ich gerade dieses... Ach nee, ne, 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 ne. Boah, ey, da kommen andauernd Monster aus dem Untergrund. Was für... Ist ganz cool, ne? Geh bloß weg. Ja, die kommen einfach hoch. Wir wissen, dass sie brennen, wenn sie hochkommen, aber die machen trotzdem. Hast du gezielt von den Karten? Ja, gezielt. Richtig gezielt. Das gab es früher gar nicht. Die sind dann... Upssalat. Upssalat? Äh, Upssalat haben sie gern gegessen. Upssalat. Das ist aber lecker. Sicher? Wann hast du denn das letzte Mal Upssalat gegessen? Zu Weihnachten, glaube ich. Also los, weg. Hey, Level 10. Ich bin erst Level 5. Ich habe jetzt noch nicht viel gemacht. Außer ein Haus gebaut. Richtig, ich bin weg. Man sollte eigentlich fürs Haus bauen auch ein Level kriegen. Wieso? Das macht mir ja nix. Das ist ja nur Hausfrau an der Zeit. Und da kriegen wir auch nichts dafür. Du bist quasi die Frau in der Beziehung. Was ist da sowas wie ein Erfolg, den man feiert? Ach so? Ja, na nicht. Nicht wirklich. So. Ich würde sagen... Jetzt wird es aber offiziell bestätigt, ne? Also du bist jetzt die Frau in unserem Spiel. In der Beziehung bist du jetzt die Frau hier. Ich bin der Mann. Ich gehe nämlich arbeiten und gehe in der Kohle-Grube schaffen. Ich habe in der Grube geschafft. Ich habe in der Grube geschaffen. Mein Name ist Adam. Und ich bin der Vater mein Seil Sohn. Ich bin mein Vater sein Sohn. Ich habe in der Grube geschafft. Das ist so geil. Ja, wer das nicht kennt, googelt oder youtubed mal. E-Mail saarländische Version. Einfach nur geil. Aber ich denke mal, dass es die meisten sowieso kennt. Oh, 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 oh. Ich sterbe, ich sterbe. Weil ich würde sagen, das Ding hat schon Kult-Status so. Kult-Status, ja, natürlich. Ich habe, ich habe in der Grube geschafft. So geil. Ich bin der Vater sein Sohn. Ich bin mein Vater sein Sohn. Wäre schlimm, wenn es anders wäre, so weißt du. Ich bin der Vater sein Sohn.